Neue Events sind weit mehr als Veranstaltungen in vier Wänden. Neue Events strahlen grenzüberschreitend, strahlen über die Location, ja über die Zeit hinaus, erreichen Menschen, die nicht physisch anwesend sind, lässt sich teilhaben, ja teilnehmen. Neue Events schaffen Perspektiven, die Grenzen verschwinden lassen. Und genau dafür ist der Hohl gemacht. Smarte Technologie trifft auf vielseitige Location. Zum Beispiel die große Halle. Das neue Plug-and-Play-Konzept lässt nicht nur die Bühne in bestem Ton und Licht erscheinen. Auch die fix installierte Eagle Eye kann man auf Knopfdruck in jede beliebige Position bringen. Oder aber, Sie lieben es, Events in Tageslicht-Location? Willkommen in unserer einzigartigen Loft mit fix installierten LED-Scrits. Nutzen Sie die Center Stage, um starke Momente zu inszenieren. Und alle sind dabei, physisch und digital. Denn Hybrid ist bei uns nur der Vorname. Sie möchten einen rein digitalen Event machen? Willkommen in unserem neuen LED-TV-Studio. Auch hier, es gibt keine Grenzen. Willkommen in der Halle. Wow, I feel good. Yeah. Willkommen in der Halle. Vielen Dank. Vielen Dank.